Hallo, wir melden uns aus Österreich. Jetzt beginnt das nächste Projekt und einfach die nächste Aufnahmereihe. Skiurlaub in Heiligenblut sind wir. Heute ist der erste Skitag. Wir sind gestern angekommen und haben eigentlich nichts mehr gemacht, weil es zu müde war bzw. der Skipass für einen Tag sich einfach nicht lohnen würde und jetzt geht's los. So und siehe da, Mama und Papa sind auch mit dabei im Skiurlaub. Geben wir unsere Sachen anziehen und dann geben wir uns schon gegenüber auf die Piste. Musik 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und jetzt geht's weiter. Mal wieder hoch. Aber es ist wunderschönes Wetter heute. Sonne ist da. Die Pisten sind Wahnsinn. Auch nicht viele Leute da, wodurch man schön üben kann und den Tag heute noch mal genießen kann. Ja, genau. Und wir gucken, ob wir mal wieder Mama und Papa treffen oder so. Und ich weiß nicht wie spät es ist, aber irgendwann in den nächsten Stunden werden wir auch mitreißen. Aber erstmal wieder ein paar neue Impressionen. Mal wieder. 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 mittlere essen kakao schokolade aber ohne rum und natürlich ohne rum da ist mit sahnne hier ist mit rum. mama hat schon fertig wie heute, mama ist schon frieden. es ist ja heiligabend. so sieht es aus. man muss ja auch ein bisschen genießen. und jetzt ist nichts passiert am ersten tag ist das nicht schön. herrlich. bei kaiserwetter. nachher schauen wir weiter wie es dann weiter geht. nach der mittagspause funktioniert es doch gleich besser. so Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Ich bin ganz oben, man sieht nichts und mir ist hier die Schnade weggebrochen. Die habe ich verloren und suchen ist schlecht. Ich muss schauen, wie ich da irgendwie runterkomme. So, ich habe das jetzt nur dürftig mit einem Tuch gepflegt und mache mich jetzt auf den Weg nach unten. Ja, sie fährt noch. Sie fährt noch. Es hat so eine Weile gedauert, aber ich bin runtergekommen. So, das war zwar nicht der Plan, aber jetzt sitze ich in der Gondel nach unten und habe noch einen der letzten erwischt, glücklicherweise. Ja, scheiße, jetzt muss ich dort zu dem Sportgeschäft, weil ich habe halt ein Stück der Bindung verloren. Deswegen muss ich mir jetzt ein neues kaufen. Oder eine ganz neue Bindung, denke ich mal. Naja, es hat schön Neuschnee gegeben, mir ist jetzt schon Bock gemacht. So, guten Abend. Wir hatten jetzt eben Weihnachtsessen, haben unsere ganzen Geschenke bekommen. Sehr viel geiles Zeugs dabei. Alle sehr zufrieden. Sie hat auch endlich ihr neues iPad bekommen. Ist glücklich. Ich bin jetzt gerade schon am Video hochladen, das letzte Video der Rom-Tour noch. Bin ich noch nicht zugekommen hochzuladen, aber jetzt kommt's. Ja, dann gehen wir auch bald schon schlafen. Gucken noch ein bisschen fern. Morgen geht es euch wieder um 8 Uhr Frühstück. Ich bin jetzt auf die Piste.